Hallo zusammen, was machen wir denn heute? Ich habe mir gewünscht Butterkeks, die wir essen. Mit Butterkeks, dann haben wir zum Tunken eine Vanillemilch errichtet. Das Ganze machen wir aus Basis Itakuya, also das ist eine Passionsfrucht-Schokolade von Valrhona. Und dazu machen wir einen Mango-Ragout mit Ingwer, Vanille, Limette, Wachauer Marillensacht. Musik Papa, probieren wir es jetzt. Es schmeckt gut. Wir wünschen euch einen guten Appetit.